Wie schon letzte Folge angekündigt ist diese Folge zu gefühlt 80% verbuggt, also die Aufnahme flackert immer so rum, deshalb muss ich das alles rauskarten und ihr seht jetzt heute nur die letzten 25% vom Video, aber dafür geht es dann im nächsten Video ins Finale und das wahrscheinlich wieder alles normal. Haut rein und ciao. Boah Stream, das wäre so ein Tod, zeige ich dir. Das wäre so was von, weil du früher veröffentlicht hast, als es sollte. Ich bin in der Oberfläche. Ähm, bin ich jetzt in der Cave, da mal, wo dahin? Ne, direkt geradeaus, ich sehe euch. Hier. Ah, da, hier. Versuch zu sneaken, mate. Spannende Folge. Bis nachts, oder? Ja. Denkt dann, was war dir? Ja. Hab ich im Kopf. Alter, man sieht die IP hier, WTF. Das riecht mit, Alter. Was? Ach scheiße, wegen ist der dumm. Wegen Labymod. Ach, deswegen hab ich solche Scheißmods nicht an. Passt auf Creeper auch nicht. Ich muss das dringend weg machen, Alter, ist so wichtig. Wo sind die eigentlich, über welchen Codes? Na, ich hab Codes nicht, jetzt halt offen, deshalb. Äh, ich hab sie offen. Äh, 110 und 53. Ähm, das heißt, wir sind fast da. Ja. 23, okay. Lass mal da hin. Minus 56. Ich würd... Hallo in die andere. Da ist der Fies. Hier. Wollen wir warten, bis es aufhört zu regnen? Nein. Wir haben keine Zeit. Äh, Lamar. Ich will lieber nicht fighten. Kämpf nicht mit der Spinne, ja? Ja, Spinnen sind gut verbogen. Ja, okay, okay, aber... Wie seid ihr? Äh, einfach... Jaja, die Richtung laufen. Okay. Nein, du läufst nach oben gerade. In die falsche Richtung. Hier, siehst du uns. Ich lauf Richtung 23x. Äh... Über... Nein, nicht X. Z. Z23. Äh, sorry, sorry. X23. Ja, ja. Äh, Lamar, warte mal. Hier. Was sind die hier kurz? X23 minus 50 oder so, ne? Ja, minus 50, genau. 23, 74, 56. Wo seid ihr gerade, Mates? Äh, über dir. Warte, warte auf mich. Oh, ich zog. Oh, Gott, Alter, erschreckt mich nicht so. Holy shit. Okay, okay. Okay, Regen aufgebrochen. Äh, rechts. Nach rechts müssen wir. Ja, links. Äh, wo geht ihr hin? 23. Ja, okay. Ah, so, wir gehen so. Wir gehen nicht direkt dahin. Den Umweg. Wie viel Essen habt ihr eigentlich? Ich hab nur noch 13. Da ist das, was sie ist. Da ist, ja, die sind dahinten. Warte, wollen wir die fighten? Nein, nein, nein. Na, was liebt? Man hat den Creeper bestimmt gesehen. Nein, nein, ich würde da weggehen. Im Ernst, ich will da nicht fighten mit denen. Sie sehen es aber nicht. Ja, ist wurscht. Ja, wir müssen warten, bis die weglaufen und dann versuchen wir es zu schnippeln. Die campen da. Wie lange ist denn das Viehs da? Nur die Folge oder was? Ja, ja. Das Ding ist halt, wir können den fighten. Wir haben beide Rüstungsvorteile. Rüstungsvorteil? Ja, ja. Wir haben zwei Fuldis und ein Dreiviertel und die haben Half Deer. Das Ding ist halt, keine Ahnung, ich finde so die Taktiken halt super hoch. Ich beschreibe mich da jedes Mal drüber. Das endet halt immer im Flame, aber ich lass... Ich verknall es mir auf diese Taktik. Okay. Dann werde ich jetzt zu urteilen. Aber es ist halt der Klassiker. Es ist... Naja. Egal. Ja komm, geh mal, glaube ich, oder? Naja. Also nicht hin... Nicht hingehen. Ich würde einfach abwarten drüber. Ja... Ich würde abwarten, bis Tom kommt. Tom und Maurice und sie brauchen auch unbedingt das Viehs. Und jeder wird gucken. Und wenn die dann irgendwie targeten, dann können wir... Okay, dann kommen wir hinterher. Aufwärts. Oder wir fighten jetzt einfach. Ich bin mir unsicher, weil... Für uns... Entweder kriegen wir sie jetzt, oder die Farben sich hoch. Und wir auch. Also Lukas ist drei Viertel, sehe ich da. Und ich habe einen Hafti gesehen. Also drei Viertel. Du schaust in den Baum und sagst, ich sehe... Ja, F5. Achso, achso. Ich habe die ganze Zeit den Baum an, oder? Jaja, das sieht halt echt aus wie X-Ray, aber... Okay, die laufen da rum. Hast du Wasser geholt, Diri? Nein, wo ist Wasser? Hier hinten ist Wasser. Diri, stopp. Ja, ich hab's... Versuch mal nicht so lange anzunehmen, weil die gucken sich die ganze Zeit um. Diri, pass auf Tommi. Hint da. Diri. Ich hab's probiert gerade. Also wir könnten die halt backsteppen. Ich weiß auch nicht, ob's funktioniert, irgendwie auch nicht. Mann, das Feast wäre halt wichtig, aber wenn die halt campen, ich will halt ungern jetzt wieder fighten. Weil wir sind nur das einzige Team, die fighten, weißt du? Also die wollen halt auch gerade fighten, aber das Ding abzukampen ist halt... Einfach für uns gerade taktisch keine... Wir wollen auch mal andere Leute fighten lassen. Wir wollen nicht das einzige Team sein, was nur fightet. Jaja, stimmt. Und okay, Maurice Team kann gerade nicht fighten, aber Tom Team ist... Ja, das Ding ist halt, niemand kann gerade irgendwie nicht fighten außer wir beide. Fuck it, wir können die von uns fighten. Sollen wir? Weiß nicht. Ich bin nur noch eine halbe Minute oder so. Jo, hört ihr mich? Jo. Ich mach keinen Scheiß. Läh wie man Sprachstab. Oh, Scheiße. Das hat das Ding. Wow. Ja. Ja. Das war halt der Klassiker. Vielleicht fallen wir in der nächste Folge. Wenn die Wechsel kommen... WTF, ey, da waren glaube ich auch Äpfel und Dias und alles drin. Naja. Naja. Es sei wieder Lobe, wenn die da halt kämpfen.